Musik So, jetzt geht's auf die Suche nach der Dings-Kiragelde, war die hier? Ladebereich Äh, okay, da komme ich nicht weiter Ähm, gut, ich kann auch einfach mal Zum Magiergilde gehen Und, äh, nach unten war die, stimmt Ähm, und dann von da aus nach Altruhen, wo ich eh hinwollte noch Reisen Und da in die Kriagelde gucken Glück und Grüße für euch Die haben hier nur Zauber Zauber Reisen Handel Ich weiß ein gutes Gespräch zu tun Oder was hast du da was? Fortgewandtheit, aha, mystik Vertauberung Ähm, ja, der ist mir wohlgesonnen, also Ähm, kann ich nicht hier einfach Die haben nicht mal ein Bett Na gut Reisen Halt ruhen, da wollte ich eh hin So Weil ich in den Tempel noch wollte So, wenn ich mich nicht irre, darf ich Darf ich dieses Bett benutzen? Äh, ich speichere einfach lieber mal Rasten Äh, höch Dann raste ich ihm nochmal So, äh, neue Stufe erreicht So, Intelligenz erhöhen wir auf jeden Fall Willenskraft erhöhen war Und Ähm, die Stärke erhöhen wir So Gut, ähm, was wird denn überhaupt durch Stärke beeinflusst? Schmied Schmied und Äh, Akrobatik Wortgewandtheit Nahkampf Akrobatik und Schmied Und Axt Und Langwaffe Und stumpfe Waffe Also, ich hab eigentlich fast gar nichts Wirklich, was Stärke hochzieht Was ich benutze So, Verzauberung Gut Gibt's hier bestimmt auch welche mit Verzauberung Die mich da drin ausbilden lassen können Ach, so schon So wieder, Alter So, sei tot So Verzaubern Ich kann mir etwas Zeit für euch nehmen Ähm Was wollt ihr? Meine Zeit ist kostbar Fasst euch also kurz Also, irgendwie kommt mir so vor, als wäre ich hier unten nie gewesen Jetzt mal ohne Spaß Ähm, nö Seid willkommen Worüber sollen wir sprechen? Über nichts Weil ich jetzt schon wieder weg bin Hast du irgendwas an Ausbildung? Nee Das ist nur Zauber Alter Steh mir nicht im Weg Wo habt ihr nur diese Wunden hier? Ja, das weiß ich auch nicht Die waren einfach da Du hast Magie? Na gut Ist hier was Neues drin? Äh, noch nicht Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Tage in dem Zeit das gebraucht hat Ich muss weiter Fasst euch also kurz Oh, du Was willst du? Hm Zum Tempel muss ich Tempel, Tempel, Tempel Da Na, ist ein bisschen weiterer Weg, aber gut Hüpfen, hüpfen, hüpfen War es nicht so, durch Hüpfen wird Akrobatik erhöht Um eins jedes Mal Oh Also man kann den ganzen Tag hier rum Hüpfen Das hat Ewigkeiten bis Akrobatik sich erhöht Das müsste doch der Tempel sein, oder? Akrobatik ist jetzt auf 38, also So, Tempel Verkennen mich da auch, wer und wer Hat mir irgendwas aus Bilden lassen Ausbildung Wer, welches Rang da ist? Achso, ich hab keinen Rang, der hoch genug ist Ähm Worum geht es denn? Ähm Zauber Magie Also Von dem Mondtucker verabschieden Dann legen wir den mal Da hin Und Zauber Du hast das nicht, was ich suche Ich hoffe, es ist Wenn es irgendwelche wichtigen Zauber gibt, die man Nutzen könnte, sagt es Ähm So, er nach oben Denn einer von hier oben muss das dann haben Da Der müsste es sein Ja Geschicklichkeit wiederherstellen Den einen Zauber brauche ich nur So Worum geht es denn? Das reicht schon um Für meine Zwecke So Ähm Erstmal muss ich ihn ahnen Im Tempel will, glaube ich, Arngeist beschwören Könnte vielleicht Vielleicht kontraproduktiv Nein, ich hab ja keine Ahnung Für mich klingt das aber schon Arg kontraproduktiv Ähm So Hast du nicht irgendwie Ausbildung gehabt? Ne, Magie Magie So Attribut wiederherstellen Dann nehmen wir Stärke Äh, Wirkung 1 bis 100 Ne Bis Ja Äh Punkte kosten So machen wir in dem Bereich Wo bis 7 kostet So Ähm Sich selbst Dauer 1 sollte reichen So Das haben wir jetzt mit So Wiederherstellen Stärke So Das machen wir jetzt mit allen Hauen wir da rein Dann kostet der Zauber zwar ein bisschen mehr Aber wir haben alle in einem Und dann brauche ich nicht noch mehr machen So 1 bis 21 Intelligenz Willenskraft Sich selbst 1 bis 21 So Ähm Geschicklichkeit 1 bis 21 Auf sich selbst Ähm Schnelligkeit 1 bis 21 Ich hoffe Dass ich da jetzt nicht irgendwie in Müll mitmache Äh wenn ich alles hier Aber alles gleichzeitig ist doch Ob ich jetzt jeden Zauber 1 entkaufe Es könnte vielleicht jetzt ein bisschen mehr kosten Weil alle in einem sind aber Das sind Peanuts hier diese 47 Die ich bis jetzt zahle So Charisma So Konstitution Charisma So Und jetzt fehlt nur noch Glück 1 bis 21 Punktekosten sind auch wirklich gering 90% Wahrscheinlichkeit Äh das ist in Ordnung Ähm Attribute Wiederher Stellen So Kaufen Jetzt habe ich Attribute wiederherstellen Alles auf einem Ding Das sollte In Ordnung sein Ausbildungsmäßigen Stärke oder so habe ich nicht gesehen So Jetzt könnte ich Äh was habe ich Gesagt Achso jetzt kann ich Höchst Könnte ich ja nicht wieder zurück nach Zedriff Mora Aber ich gucke nochmal in die Kriegergilde vorbei So haben wir mit Ausbildung irgendwie ist Kriegergilde ist nämlich nur einen Punkt weiter War das nicht so? Magiergilde Ah ne Gegenüber So Ich weiß es nämlich nicht Dann könnte ich noch ein bisschen leveln hier Wie viele Draken habe ich jetzt ausgegeben? Oh ich habe noch neun Knapp 40k Ihr seid sicher Also schon einiges ausgegeben Aber Gut Lohnt sich ja auch Oh Ausbildung Ähm Schleichen Blocken 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 Schleichen Achso Ähm Ich gehe mal lieber raus Speichere mal kurz Dann mache ich das mit dem Ahngeist Gucken ob ich dann angegriffen werde Bestimmt Ne Ich hoffe nicht So Dann gehen wir mal da rüber Eins Zwei Drei Vier Ähm Machst du noch was Ich könnte es auch nicht 100 Aber Na gut Gehen wir auch nicht auf So jetzt ist es wieder alles auf normal hier Ich habe gleich alles in eins genommen Es kostet neun Mana Punkte Das reicht da Äh Attribute Ach Falsch geschrieben Dings gekommen Während ich das hier eingegeben habe Ähm So Egal So Ausbildung Dann Ähm Mittlerrüstung Blocken Schleichen Ähm Gut Nene Nene Ja Blocken könnte man Wirklich mal hoch machen Aber erstmal Überzeugen Verdammt Ey Über 90 will ich ihn haben Na los So Ausbildung Na gut Hatte jetzt nicht so viel ausgemacht Aber Schleichen doch nicht Mal Blocken 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 Das sind nicht meine Hauptfertigkeit oder sowas Aber Kann man ja so ein bisschen mal hochleveln Hey Über die Verwendung von Schilden zum Abblumen von Nahkampf durch So Ich entbiete euch meine Grüße Ich hoffe ich mache damit nichts falsch ist aber Gut Wie viel habe ich jetzt dafür ausgenommen Auf Ich habe ich glaube ich viel zu viel dafür Jetzt habe ich glaube ich um 12 oder so hoch gemacht Egal Das wirkt sich ja auf meinen Dings aus Ähm Dings Aha Ich lade einfach nochmal Ähm Wenn ich 10 mal irgendwas mit Geschicklichkeit erhöhe Dann habe ich den Faktor 5 beim Level ab Deswegen Sollte ich nicht mehr als das machen Hatten wir alles denn das erzählt So Kriegegelder Ich wollte ja auch Wegen Stärke und sowas gucken Hab Was habe ich denn überhaupt unter Dem hier bei Geschicklichkeit Irgendwas Ne Ja gut Ähm Überzeugen Also über 90 So Perfekt Ähm Ausbildung Einmal Zweimal Dreimal Viermal Fünfmal Sechsmal Sieben Acht Neun Zehn Gut Habe ich gerade eben Eins zu hoch nur gehabt Egal Das ist mal eins Ähm Du hast gar nichts hier An Ausbildung Ich grüße euch Also Kurzwaffenausbildung Oder so Fände ich cool Ähm Da Was hast du Reparieren Oh Können wir auch irgendwie alles reparieren Äh Hauen wir einfach mal wieder durch So Lol Wie ich aber auch um eine ziemlich runde Drakenthal gekommen bin 36 Kau Und sowas Oh A Häh ABC für Barbaren A wie Atronach B wie Brettpilz C wie Kornbeere Und dann geht es nicht weiter So Ist hier noch irgendwer Der was Ausbilden kann Ist hier wer Ausbildung Ausbildung Oh Axt Ähm Moment Was ist das denn von Kau Boah Überzeugen 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 So Ähm Lange Waffe Stumpe Waffe Also ich nehme mir einfach mal die billigsten Es ist mir eine wahre Ehre mit euch zu tun Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Hey Neun Zehn So Was haben wir hier nebenan Oh Kann ich hier einfach drin schlafen Ich habe hier keinen Stufen Upgrade So Jetzt habe ich so ein bisschen hier was gelevelte Intelligenz Hätte ich irgendwie noch gerne was Verzauung oder Alchemie Aber das gab es glaube ich in Ähm Hier Es hat Riff Mora Wolfenhalle da Also Gehen wir hier jetzt wieder raus Was war das? Was war das? Ah Ähm Privatkamera So Also Laut meiner Logik sollte das so sein Wie ich denke Ich hab dich nicht belästigt Ich bin nur an die Feuerwehr beigegangen So Auf jeden Fall geht es hier beim nächsten Mal weiter Und bis dahin ich meine Kane Diana Jones